Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Saiblingsfilet auf Blattspinat mit roter Paprikacreme. Als leckeres, leichtes Gericht, das als Vor- oder auch Hauptspeise die Gäste begeistern wird, ist das Saiblingsfilet auf Blattspinat mit roter Paprikacreme. Für vier bis acht Personen werden folgende Zutaten benötigt. Saibling Zwei frische Saiblinge oder acht fertige Saiblingfilets. Zitronensaft von 1 unbehandelten Bio-Zitrone. Zwei Esslöffel gutes, natives Olivenöl. Zwei Esslöffel Butter. Rote Paprikacreme. Zwei große, rote Paprikaschoten. Zwei Knoblauchzehen. 250 ml guter trockener Weißwein, zum Beispiel ein guter Muskatella, grüner Feldliner oder Riesling. 250 ml Gemüsebrühe, ersatzweise eine Würfelbrühe und Wasser. Sechs Esslöffel gutes, natives Olivenöl. Halbe Bund frischer Thymian. Zitronensaft von halbe unbehandelten Bio-Zitrone. Eiskalte Butter. Blattspinat. 500 g frischer, junger Blattspinat außerhalb der Saison aus TK-Ware zurückgreifen. Ein Esslöffel Butter. Frisch geriebene Muskatnuss. Weitere Zutaten. Salz. Frisch gemahlener Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Schneidebrett, Fischmesser, Messer, Fischzange, einige Schüsseln, Zitruspresse, kleiner Topf, Pfannenwänder, Zauberstab, Pfanne, Muskat- oder Küchenreibe, Fischpfanne, Schneebesen, Küchenpapier. Zubereitung. Vorbereitung Saibling. Den Saibling im Waschbecken unter fließendem, kalten Wasser abschleimen. Wenn nicht schon geschehen, dann den Fisch ausnehmen. Den Saibling nochmals ganz kurz, ohne den Fisch zu lange zu wassern, unter fließendem, kalten Wasser abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Zum Schluss den Fisch mit einem sehr scharfen Filetiermesser filetieren. Die Gräten sorgfältig mit einer Fischpinzette oder Fischzange ziehen. Das Fischfilet nochmals unter fließendem, kalten Wasser waschen und gut trocken tupfen. Die Zitrone auf der Arbeitsfläche wälzen, so brechen die Poren auf und es lässt sich mehr Saft gewinnen und auspressen. Die Paprikaschoten waschen, trocken tupfen, halbieren, das Kerngehäuse sowie den Stielansatz entfernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Zitrone auf der Arbeitsfläche wälzen und auspressen. Den Thymian waschen, gut trocken schütteln und die Blätter abstreifen. Das Olivenöl in einem kleinen Topf heiß werden lassen. Die Paprikawürfel sowie den Knoblauch zugeben und darin etwa drei Minuten unter Rühren anschwitzen. Mit dem Weißwein ablöschen, aufkochen lassen und auf die Hälfte reduzieren. Dann mit der Gemüsebrühe aufgießen und die Paprikawürfel weich köcheln lassen. Ist der Paprika weich, mit dem Stabmixer fein pürieren. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer sowie Zitronensaft abschmecken und warm stellen. Blattspinat Den Blattspinat waschen und, falls schon etwas größer gewachsener Blattspinat verwendet wird, die festen Stiele entfernen. Dies ist bei frischem, sehr jungen Spinat überflüssig. Eine Pfanne erhitzen und die Butter darin aufschäumen lassen. Den Blattspinat zugeben und darin anschwitzen. Die Blätter unter gelegentlichem Rühren zusammenfallen lassen. Den Spinat mit Salz, Pfeffer sowie Muskatnuss abschmecken und warm stellen. Die Fischpfanne erhitzen und das Olivenöl mit der Butter darin heiß werden lassen. In der Zwischenzeit die Fischfilets mit dem Zitronensaft beträufeln und mit Salz würzen. Die Fischfilets mit der Hautseite nach unten bei mittlerer Hitze knusprig braten. Dann die Fischfilets wenden, die Pfanne von der Herdplatte ziehen und die Fischfilets in der Restwärme durchziehen lassen. Der Saibling sollte innen noch schön glasig sein. Fertigstellung Die Paprikakreme nochmals erhitzen, dann mit den in Stücke geschnittenen, eiskalten Butterstücken montieren und mit dem Zauberstab schaumig aufmixen. Den Blattspinat auf vorgewärmten Tellern anrichten. Darauf je ob als Vor- oder Hauptspeise gereicht ein halbes oder ganzes Saiblingsfilet drapieren. Den roten Paprikakreme in kleine Servierschüsseln füllen und neben dem Gericht auf dem Teller platzieren. Das Gericht sofort, wenn gewünscht mit Beilage nach Wahl servieren. Beilage Frisch gebackenes oder vom Bäcker besorgtes Barget, Ciabatta, Pide oder Weißbrot Kleine, frische Petersilienkartoffeln, Salzkartoffeln oder Pellkartoffeln Zitronenbutter oder Cremebutter Diese Varianten gibt es. Statt Saibling eignen sich auch andere, frische Süßwasserfische wie Zanderfilet, Forelle, Huchen und so weiter, a ca. 250 Gramm. Den Fisch zusätzlich mit frischen Kräutern je nach Geschmack verfeinern. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!